Kappa. Und mir guckt ihr keiner zu. Ja, und deswegen ja. Damit die immer sehen, wie du uns zerfickst. Ja, genau. Lass vor, lass vor, lass vor. Lass vor. Alter, gut. Gut, gut. Hör und zuhören jetzt. Schnell weg. Junge, ist das zu dumm, um in die Steißparty reinzukommen, Digga. Digga, ne? Vor allem, und er regt sich dann drüber auf, warum wir nicht in die Party rankommen. Er regt sich bei mir immer drüber auf, wenn ich nicht in die Party komme. Warum ich nicht in die Party komme. Ja. Immer. Ach, Junge, ich kenne die 10.000 mal ein. Ja, ist so dumm, ey. Ich gehe mal auf Spielchef. Ich gehe mal auf. Nein. Hi. Ähm, ja. So, siehst du nicht wissen, ich bin es. Der Freemacht nacht, sich untergrillende Poké. Hallo, Kilian. Warum ich sehr umfiehlich? Hat er mich nicht. ich bin gern bestell ich mal vor Kappa sagt mal hallo ich weiß ich habe das gegen seine Schwester spielen er war hier noch kurz bis zumindest ehrenhaft es wird aber auch erst mal ich bin um er kann ich ihm beitreten ach halt hier ich bin nur kurz jetzt im grubal nicht verliehen ich bin ich bin und so ich bin hier auf muss man heute melden damit sie damit sie gebannt werden Prozent 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 und ist die freund von ihm 4 Prozent 4 Nelde ich will mit ihm nicht nicht mit dem wenn du kannst Axt-Tag Axt-Tag Oh mein Gott Eigentlich müsste ich mir Cash Money Flow holen Axt-Tag Axt-Tag Oh ne weh gar nicht ohne Tag Nein Oh nein 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 Ja Kian du bist du in Skau Nein er bestimmt nicht Ja, ja, nicht. Hä, ich hab noch breit. Warte, soll ich dir restaurieren? Ich restauriere dir jetzt. Warte. H, H, also kleines, äh, großes H. Ja. Kleines H, also jetzt alles klein. Ja. Ähm, äh, Apostroph. Ich geh schon los. Also H, H, L, Apostroph, L, L, G, A, A, S, S, H, Apostroph. Ein Stream von dir hat sogar schon einen aufruft. Nein. Wie, wie heißt das? H, also großes H und danach alles klein. Also H, H, Apostroph. Also H, H, L, Apostroph, L, L, G, A, A, S, S, H, Apostroph. Hä? H, 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 Apostroph, ja? H, H, L, Apostroph. So wird als Film geht bei mir nicht. Hä, warum nicht? Jetzt, jetzt, geht's jetzt? Nö. Hä, Internetse, scheiße. H, 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 H. Okay, ich bin nicht. H, 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 H. Ja, ich hör doch was! Was? Dumme Menschen da waren! Oh mein Gott! Du hast sonst jemand? Achso! Ja, ein Zuschauer! Hi! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, ein Zuschauer? Das war ich! Ja, wie geht's dir, Kirian? Wie geht's dir, ein Zuschauer? Mann! Ey, Digga, es ist ja, wer runterfallen willst du mich flexen? Äh, Samy! Ja. 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 Ich selber schuld gehen. Nö, Digga. Ja. 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 Das wissen wir aber dann, alter Erling! Ja, Kilian. Das frag ich dich. Na, Digga. Hä? 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 ist im Fanta-Riegelwehr. Jetzt nicht. Junge, jetzt land doch mal auf dem Boden, hallo. Junge, mein Jagdwehr ist hier runtergefallen und ich komm nicht auf den Boden. Ich bin gelandet, nein. Heinum. Halt, gas, immer ... noch als maniert rucon und zwei drei haben ist ich habe hier drei langs gefunden wir machen schon mit busch machen mit busch machen mann hier nur ich mir das kam mann Oh gut, Idee, stimmt, hier sagen wir einen Schatz. Hier, ihr habt eine Schatzkarte? Och, Digga, wo bekommt ihr sowas her? Wo? Digga, das ist ehrenlos. Mann, ich freite niemals. Hä, wo? Ich stehe markierend nicht. Hä, ich sehe die Markierung nicht. Ach, Lul. Ja, Schießborn. Ja. Ja. Ja, du darfst den Schatz nicht finden. Mann, Digga, ich habe nur Scheiße. Digga, meine Besten. Ja. Warum bin ich jetzt schuld? Ja. Ja, äh. Ja, wer soll ich wissen, dass, dass sie da abgeht? Ich weiß nicht. Ich hatte die noch nie. Ne, ich habe keine Schatzkarte, Junge. Ich wusste das nicht. Ja, was denkst du mache ich gerade? Digga, wer soll ich denn das wissen? Komm, hier ist die Schatzkarte. Mann. Digga. 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 Meine beste Waffe ist ein Blauen-Fanterie, Junge. Oh mein Gott, eine Pump. Das ist ein Wunder. Mann. Mann. Mann, doch. Oh. 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 Ach, Dinger. Ich hab gar nichts, Dinger. Ja, guck's dir an. Meine R ist ein fucking Infanterie-Gewähr, Junge. Nein, Dinger. Ich hab keiner, ja. Ja, echt mal, Junge. Ja, genau. Nö. Ich will einfach mal mit Scar. Och, genau. Oh, Epic Vamp, Epic Vamp. Eine Waffe. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich nur eins von den drei Lamas aufgemacht hab. Ich brauche nur AR ohne. Und es ist halt bei mir. Mann, wer ist Jagdgewähr nicht runtergefallen, wäre so viel besser gewesen. Ich bin gar nicht ausgesprochen. Besseres Händel-S cuffied. Ich brauche auch nur einen Satz. Ja. Besseres gleß mit Heavy. Oh mein Gott, das Applaus, nein. Und ja, das hat wirklich nicht gelacht. Oh mein Gott es ist einfach ne blaue Ahr ich glaube es nicht die Lernstuhl also ich bin fällig stimmt Sniper ja aber ich halte bis zu Team 2 und und es gar macht fort mit kein Spaß doch Junge Scheiddy Ska braucht ihr Mensch das ist anders scheiße Scheiddy Ska ist einfach nur die hat nur so null Prezi das einzigste was daran gut ist dass sie das einzigste was in der Scheiddy Ska gut ist dass sie Schall gedämpft ist hätte sie Prezi von der Ska ja dann Schallis Ska einfach und gehen ja bei mir ist es mit der Scheiddy Ska so ich bin bei Ritter noch money holen holen Oh! Da mal ein bisschen. Also ich wär fertig. Scheiß auf die Hände! Scheiße auf die Heavy-Jungen, ich habe auch keinen Sniper. Das kommt so gut hin. Ich habe gar keinen Sniper. Oh, Klaus Jagdwehr, wo wir gerade davon reden. Ja, ich habe sie weggetan. Find, Silent Pistol oder Double Pistol. Mach mal, warum? Jetzt springen wir, bitte. Okay. Ja, okay, ich habe sie weggetan. Jetzt rieche ich mich schon wieder öffne. Nein. Ich werde bis Kian da ist. Freetail. Freetail. Kian, jetzt komm einfach, Junge. Och, Digga. Och, Mann, eine blaue Tech. Och, Junge. Warum machst du das? F оказ? warum ach mann aber irgendwie finde ich mehr legendäre heavies als epic also wenn wir wollen können es jetzt schon losgehen ja okay warte kurz der gar ich denke junge junge heute auch mal auf ja natürlich ganz danke Ja komm her, Kian, ich zerfick dich. Komm her, Kian. Aber ohne aus der Luft abschießen. Danke. Hä, Kian, geht um. Oh, da ist noch ein Pistel drin. Hier. Oh Mann, jetzt bin ich bei Finn. Tschüss. Mann! Nein! Warum macht er es nicht? Leider nicht. Ach, hinten ist Kian, weggehe zu Kian. Danke. Du bist der einzige Gegner auf meinem Niveau, was soll ich machen? Oh, Digga, das ist so, so lächerlich, ne? Ich bin, Digga, das ist so lächerlich. Trickkotzminis. Oh. Oh, jetzt habe ich den Mädel getrunken. Oh. 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 Oh, wow. Oh. Och. Ich glaub, Kian hat keinen Bock mehr. Hä, ich denk, Kian ist kurz AFK. Ich denk, Kian ist kurz AFK. Digga, ich denk, Kian ist kurz AFK und nicht du. Ich hab meinen Kopfhörer. Wo bist du, Kian? Ich töte dich. Hast du Kian gesehen? Wo ist Kian? Sag mal bitte. Da oben ist Finn Ja genau Wenn wir die AK so scheiße Können wir bitte ohne AK machen Distalfakt zu haben Nö, sonst krieg ich Stress mit Pfind, nein Verpiss dich, Gion Oh, ich hab mal leicht runtergefallen Ich hab grad Minis getrunken Oh, nee Das ist so lächerlich Ist Gion aufm Berg? Nein Wenn wir ohne Baum campen machen, Baum campen ist eine Scheiße Hallo? Ich bin nicht Baum mit dem Finn Mann, du bist Junge, was war denn das grade? Aufm Baum? Ich hab dich, geh doch runter Digga, chill doch mal Weil ich 5 Sekunden drauf bin Weil ich 5 Sekunden drauf bin, Junge Ich bin 5 Sekunden drauf, Digga Ja okay, töte mich halt Junge, ich bin 5 Sekunden drauf, ey Ich bin 5 Sekunden drauf, ey Ich bin 5 Sekunden drauf, ey Ja okay, ich bin 5 Sekunden drauf, ey Jungen, wir haben. Wo bist du denn, Luki, Jan? Ach, da ist es hier. Ja, was ist mit mir vor uns wohl passiert, Junge? Selber machen, aber drüber aufregen. Wie, Henrik? Was? Was? Komm, blitzig. Was? 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 Hä? Hä? Ach, du. ? Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 st im toll hin Warum bin ich jetzt unfair? Mann, scheiß Wasser, ey. Hallo? Mann, scheiß Wasser, ne? Es war kein Hit, Digga, genau. Au. Frag mich bitte nicht. Digger. Auf, runter zu schießen, ist ja nett. Junge. Ah. Nö. Hä, bei mir auch? Hä? Mann, warum? Hörst du einfach auf zu schießen? Ist mein Controller kaputt? Junge, das ist so lächerlich. Nö. Er trifft nicht. Das war es komplett grave. Ich durfte da ein bisschen hin. Ich durfte da ein bisschen hin. Entschuldigung. Machinais, der wird nicht so. Entschuldigung. Machinais, der wird nicht so. Entschuldigung. Entschuldigung. Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich scheißegal. Weiß ich nicht. 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 Doch. Wenn du jetzt bewusst bist, dann geht's. Was ist das? Was ist das? Gucke Oh 2 Nö, 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 nö